wir hätten vielleicht nicht die ganze flasche austrinken sollen keine schnellbewegung ganz langsam alles wieder zusammen suchen warum das schwert auf boden haben wir uns wohl ein wenig hin und her gewählt ist alles vollkommen verstreut aber jetzt ziehen wir uns rüstung an und versuchen so gut es geht durch den tag zu kommen aber es hat sich auf jeden fall gelohnt und die flasche teuren alkohols haben uns auf jeden fall auch verdient bei so einem guten einbruch und der dementsprechenden bezahlung von der diebesgilde hoffen wir mal dass es da lange fristig kein ärger gibt weil wir vorher eingebrochen sind aber das dürfte eigentlich nicht der fall sein und heute sollten wir diese schönen bücher hier nehmen und die ganzen anderen sachen die wir geklaut haben und die sollten wir loswerden denn zum einen können wir die ganzen sachen nicht durchgehen hier bei uns in dieser kammer hier lassen und schon gar nicht in der krieger gilde also hier geht das ja noch hier sind ja eigentlich nur die wir drin und es gibt ja anscheinend so etwas für die diebes ehre hier sie hier wäre sogar einigermaßen sicher wir müssten heute mal wieder bezahlen aber in der kriege ging das gar nicht so oder so sollten wir zu dem zeug verabschieden da ist uns halt verdächtigt also primär die letzten stücke kleidung und die bücher vielleicht noch weil da könnten irgendwelche notizen drinstehen oder esel ecken die den verraten würden dass aus dem haus kommt und das geht ja gar nicht weil er so schnell wir die bücher wieder zusammen mache eine schöne rolle aus dem kleidungsstücken verstauen alles und machen uns dann auf dem weg nach suran denn hier haben wir die händler ja anscheinend schon ausgereizt die eine dame die fürs brachiale die eine dame die fürs brachiale zuständig war die wollte unsere bücher und kleidung gar nicht kaufen obwohl doch die kleidung hat sie gekauft da gab es doch noch einen händler aber der wird bestimmt nicht alles kaufen wollen außerdem können wir es ganz gut vertragen weil auf dem schlickschreiter zu dösen bis wir in suran ankommen und da können wir wirklich ohne uns großartig gedanken zu machen die sachen verkaufen und wir gehen die falsche richtung böse sonne böse sonne wir müssen hier lang erst mal auf die andere seite vom oder und dann zum schlickschreiter und sonst werden wir heute wahrscheinlich nichts großartiges machen also jetzt ein auftrag für die kriegergilde anzunehmen wir glaube ich keine idee für die diebesgilde könnten wir anfangen ein mögliches ziel auszuspionieren aber wir wissen ja nicht was die so mit uns vorhaben allgemein können wir uns ein wenig mal umhören nach anderen die bis gilten es soll ja in jeder größeren stadt eine geben also wo wir gerade in suran sind hören wir uns doch da mal um so wir würden gerne nach suran und wir würden gerne zugedeckt werden für 19 draken müsste das inklusive sein und wir sollten nicht wieder hier unter stolpern genau das ist echt gefährlich was wenn ihr welche betrunkenen gäste habt die laufen auch die plattform runter machen gleich plopp na gut also die bis gilt den suran es gab dieses haus der wie hieß das genau haus der irdischen freunden hier könnten sich doch die zusammenrotten eine ausstatterin gab es noch eine richtige taverne da ist ein schmied fandleier wir gehen doch erstmal zum fandleier und danach gucken wir uns weiter nach der taverne um und da ist er ja schon eben erzarm schiene das ist doch mal schick eben erzwurf pfeile vulkan glas durch auch ja doch sehr schicke sache hast du hier und keine wache hallo wir hätten da ein zwei kleidungsstücke und ein paar bücher die er nicht haben will schade was ist mit diesen komischen federn die wir bei dem kerl in der truhe gefunden haben die blüte kann auch noch weg häckselblatt und pückelsalz kauft er wohl alles an sehr schön dann soll das erstmal reichen obwohl die alkohol können wir auch noch loswerden diesen billigen fußel wollen wir uns nicht antun und 166 tragen wo ist okay heiltränke aber die sind ranzig wenn man einmal dran schnuppert merkt man das schnell das soll so reichen wir hätten gerne zwei dragen mehr ein dragen mehr und kannst du so etwas sagen ein kurzer ratschlag vielleicht kämpft nicht wenn ihr erschöpft zeit ja das ist ein guter ratschlag über suran vielleicht suran ist eine geschäftige handelsstatt am masubisee von der aus man die see in höhe von plantagen das gerade inseln erreicht dann schauen wir uns jetzt mal weiter um nach einer taverne und sonst gehen wir in das haus der irdischen freuden oder wie das hieß da war der beeindruckende rock oder orkin bist du eine frau ja hört sich fast so an also seine frau ist hier hätten wir noch ein schneiderin alchemisten gab es hier leider nicht wenn wir es richtig gesehen hatten beim letzten mal händler hier waren wir schon ja hier waren wir schon hier sind wir die diamanten losgeworden kaufst du vielleicht die bücher oh ja sehr schön werden wir dann alle los 115 dragen was wirklich interessantes für uns hat nicht gelegt noch einen tragen drauf sehr gut kannst du sonst über suran sagen nein nichts wirklich neues mal gut dann gehen wir mal raus und merken wir uns der magen knurrt ok dann setzen uns mal hier auf den stein essen unser letztes schon ziemlich hartes brot dazu noch etwas kalten salzreis und den skattel sollten wir auch erst mal vorher schlecht wird so das tut doch gut mehr oder minder und das brot was jetzt noch in der kriegergilde jetzt vor sich hingammelt sollten wir möglichst schnell wegwerfen wenn wir da ankommen so das tat doch schon mal gut gucken wir noch mal hoch hier gab es irgendwo so eine art handelshaus das wissen wir noch das hier könnte das sein so war ein handelshaus genau und da ist ein das ist ein zeichen für ein tempel sieht von der struktur fast so aus ein dann mal tempel ja nein was ist denn das hier tränke sehr schön so war ganz schön versteckt also wenn du wenig umsatz macht dann wissen wir warum das liegt solltest dein schild mal lieber hierhin hängen oh ja das sieht gut aus jetzt hat bitte bitte gute heiltränke für uns billige ware billige ware verfeinerte krankheitsresistenz nein auch er hat keine guten heiltränke für uns oder auch nur einigermaßen akzeptable heiltränke einfacher lebenstrank einfacher genesungs trank ne 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 das lassen wir mal wenn dann wollen wir etwas richtiges haben denn die werden wir eh nicht im kampf einsetzen können sind ja primär dazu da später die wunden zu versorgen und da sollte es dann schon was gutes sein aber schön zu wissen dass es hier ein alchemisten gibt 1080 draken das wird langsam ganz schön schwer wir sollten vielleicht etwas davon in training investieren aber das machen wir zurück in balmora sind in der diebesgilde erklärt sich bestimmt jemand bereit uns zu trainieren oder sonst halt wieder bei den kriegern da waren unten ja auch noch zwei trainer aber gucken wir erstmal das handelshaus und fragen hier dezent nach der diebesgilde schon in ordnung markus sitikus danke ihr könnt mich jamie nennen ist dies euer erster besuch im suan nein eigentlich nicht hier kommen viele pilger vorbei da die geburtsstätte von molakbal in der nähe liegt und auch die felder von kumu hier sind ein beliebtes ziel für die pilgerreise aha was ist denn dein beruf ich bin ein kreuzritter kreuzritter waren einst krieger eines kultes doch heute nennt sich jeder krieger mit einem anlegen so ja nicht wirklich das was wir gesucht haben er wird uns dann wohl eher nicht sagen können ob es hier eine diebesgilde gibt oder nicht was ist mit dir was wollt ihr fremdländer das ist schon mal keine gute ausgangslage können wir dich vielleicht ein wenig überzeugen ich verstehe das als kompliment ja das war auch fast so gemeint was ist denn dein beruf ich gehöre zum gemeinen volk ok und kannst du uns ein gerücht erzählen wieder das gerücht über die insel solstheim nein vielleicht ein kleines geheimnis kuschtaschpi ist der name der alten dietrischen gewölbe westlich vom ahemusa lager was ist denn das ahemusa lager niemand geht dort hin es ist ein weitläufiger dunkler ort hm also wenn ich jetzt sagen würde das ist westlich von suan dann hätten wir ja mal nachgeschaut aber was ist denn das ahemusa lager hm also er meint das gehört zu den aschländern und in deren gebiet waren wir ja noch gar nicht aber gut er hat zwar auch nichts über die diebesgilde vielleicht gibt es hier auch einfach keine fragen wir doch mal die barkeeperin wenn jemand weiß was weiß dann die hm erzähl uns doch mal etwas über deinen beruf ich bin händler ja das ist richtig und über suran nein nichts neues schade gerüchte nur wieder solstheim nein nein hier werden wir nicht fündig das heißt wir gehen jetzt mal zu der roten laterne und gucken was wir in dem haus so finden können hm du siehst wie ein jäger aus mir geht es gut danke was kann ich für euch tun anscheinend nicht sehr viel also rote laterne haus der irdischen lüste freuden freuden müsste es gewesen sein und langsam ist unser kopf auch wieder klarer geworden das ist schon mal gut es scheint recht warm zu sein haus der irdischen freuden genau genau.